Hallo und herzlich willkommen bei der LitCrime, dem Online-Krimi-Festival bei LitLounge.tv. Fünf Tage hintereinander begrüßen wir hier einen Krimi- oder Thriller-Autor mitsamt seinem aktuellen Buch. Und heute freue ich mich, die Melanie Rabe als Gast zu haben. Herzlich willkommen, Melanie. Danke schön, schön hier zu sein. Ich freue mich. Dein Thriller geht direkt mit einer Knallergeschichte los, wie sich das gehört. Die 37-jährige Sarah Petersen hat vor sieben Jahren ihren Mann vermisst gemeldet auf einer Geschäftsreise in Lateinamerika. Sie hat seitdem kein Lebenszeichen von ihm gehört. Sie zieht alleine den siebenjährigen Leo und plötzlich klingelt es. Am Telefon ist ein Amt und das sagt, ihr Mann ist zurück und sie kann ihn am nächsten Tag abholen. So weit, so gut. Und dann holt sie ihn ab und er ist es gar nicht. Wie sich für einen Thriller gehört, passiert was ganz anderes, als man es erwarten würde. Genau. Und diesen Thriller hast du im August veröffentlicht und bist seitdem auf Lesereise, wenn ich das richtig verfolgt habe. Absolut. Ein Riesenspaß, fast jeden Abend woanders. Und sehr schön. Schöne Zeit für mich gerade. Kannst du das noch zählen, wie häufig du daraus schon gelesen hast? Ich muss tatsächlich mal zählen. Gestern hatte ich meine letzte reguläre Lesung. Heute habe ich meine erste Online-Lesung, was ich sehr schön finde. Ich werde es auf jeden Fall mal ausrechnen, wie viel es waren. 40, 50 seit August. Also auf jeden Fall viele. Aber es nutzt sich nicht ab. Ich versuche jeden Abend individuell zu gestalten. Und jeder Abend ist ja auch anders. Der Leseort ist jedes Mal anders. Das Publikum ist anders. Die Größe des Publikums ist anders. Und es kommen unterschiedliche Fragen und andere Dinge zurück vom Publikum. Und ich genieße das so. Ich bin zwar auch, ich bin jetzt auch echt durch. Also eine Pause kann nicht schaden. Aber ich bin mir sicher, ich werde mich dann im nächsten Jahr total freuen, wenn es wieder weitergeht. Denn dann auch da werde ich weiterhin aus der Wahrheit vorlesen. Das klingt, als ob du ganz viel beschäftigt damit bist, eben zu reisen und zu lesen. Schreibst du auch noch? Ich schreibe, ja. Oder ich müsste genauer sagen, ich plotte. Also ich denke mir gerade die neue Geschichte aus. Ich weiß auch schon, was es werden soll. Ich weiß den Grundaufbau, die wichtigsten Figuren, wo die Geschichte spielt. Aber ich habe noch keine Zeile geschrieben. Denn tatsächlich, es gibt Kollegen, die schaffen das, im ICE zu schreiben oder im Hotelzimmer. Ich habe immer gedacht, ich kriege das hin, weil ich kann an ziemlich vielen Orten schreiben. Im Café, zu Hause, eh klar. Aber es ist mir irgendwie nicht gegeben, auf Lesereise zu schreiben. Warum auch immer. Ich nehme es mir jetzt als Lesezeit und als Zeit, um zu konzipieren und mir Ideen auszudenken. Aber so richtig Fließtext, kreativ, organisch, das kriege ich nicht so richtig auf die Reihe. Leider. Aber ich meine, du bist dabei, was Drittes zu plotten. Das heißt, wenn spätestens nach dieser Stunde jeder die Wahrheit lesen möchte und angefixt ist, dann gibt es gleich Aussicht auf Nachschub. Ja, es gibt auf jeden Fall Nachschub. Ich bin auch total wild darauf, die neue Geschichte anzugehen. Ich glaube, es wird echt nett. Oder nicht so nett. Es ist ja ein Thriller. Es wird überhaupt nicht nett. Es wird hoffentlich spannend. Sehr schön. Bleiben wir bei der Wahrheit. Die Sarah Petersen ist eine Lehrerin, im Prinzip eine normale Person. Sie ist ausgesprochen reich, weil ihr Ehemann, der verschollene Ehemann, ein wohlhabender Geschäftsmann war. Und damit lebt sie dann doch auch ziemlich abgeschottet. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie keine Neider haben möchte, weil sie sich nicht auf Glatteis führen lassen möchte. Ja. Das perfekte Setting für einen Thriller, nicht wahr? Ja, weil wenn sie in einem eingebundenen Freundeskreis wäre, käme man vielleicht nicht so schnell in Schwierigkeiten. Absolut. Ja, das ist tatsächlich so ein Punkt. Ich habe meine Hauptfigur ganz bewusst so ein klein bisschen isoliert von allem, was ihr vielleicht so ein bisschen Hilfe bieten könnte. Das habe ich mit meiner ersten Figur in die Falle so ähnlich gemacht. Noch extremer. Linda Konrads, die Bestsellerautorin aus die Falle, verlässt ja ihr Haus nicht und das seit elf Jahren. Und damit spiele ich ganz gerne auf mit Figuren, die so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen sind und auf ihren eigenen Charakter und auf ihr eigenes Urteilsvermögen, das manchmal vielleicht nicht hundertprozentig korrekt ist. Und die Sarah ist jetzt gerade an einem Punkt, an dem sie sich ihr Leben zurückerobert. Ja. Sie setzt alle Zeichen auf Neuanfang. Sie weigert sich zwar, ihren Mann für tot zu erklären, aber sie lässt sich die Haare schneiden. Wie wir alle wissen, wie wir alle wissen. Ein klares Zeichen eines Neuanfangs. Glaube ich an mir, meine Freundin beobachtet zu haben, ja. Ich bin letztens in einem Interview gefragt worden, ob diesem Kapitel, in dem Sarah sich die Haare abschneidet, ein traumatisches Friseurerlebnis von mir zugrunde liegt. Aber das kann ich zum Glück verneinen. Das hatte wirklich dramaturgische Gründe, weil sie da wirklich so einen Cut macht, sprichwörtlich, um den Lebensabschnitt zu beenden. Also hat auch das Vergraben des Eherings keine dramaturgischen, traumatischen Hände. Nein, unverheiratet. Sie fängt gerade an, sie hat auch einen kleinen Romanz am Laufen und sie beginnt zum ersten Mal Freunde einzuladen zum Essen. Ja. Und sie spielt mit denen ein ganz interessantes Spiel. Nämlich, jeder sagt von sich drei Aussagen. Zwei davon sind wahr, eine ist gelogen. Ja. Und die anderen müssen raten, welche denn gelogen ist. Richtig. Ein ziemlich gemeines Spiel. Interessant aber auch, oder? Ein sehr kreatives Spiel auch. Total. Spielst du das selber auch? Habe ich noch nie gemacht. Ich überlege gerade, ob mir was Interessantes einfällt. Ich habe schon mal Brad Pitt getroffen. Okay. Ich bin schon mal von einem Bungee-Kram gesprungen. Ja. Und ich habe ein Arschgeweih tätowiert. Eins davon ist gelogen. Wow. Daraus würde ich jetzt gerne ein Gewinnspiel machen. Aber, liebe Zuschauer, wir haben schon ein Gewinnspiel für Sie. Und zwar geht es dabei darum, welches Getränk man am besten zu Melanie Rabes Thriller liest. Möchtest du uns das gleich verraten? Soll ich es verraten? Darf ich es schon verraten? Als kleiner Cliffhanger, bevor wir dann zurückgehen auf die drei Aussagen, fände ich das ganz gut. Okay. Ich habe mich tatsächlich als Getränk zu meinem Buch für Gin Tonic entschieden. Und warum? Weil mein Buch eine Mischung ist. Es ist so ein bisschen ein klassischer Roman, aber auch ein hoffentlich sehr spannender Thriller mit allem, was dazugehört. Mit Cliffhanger und ganz vielen Wendungen. Und es steckt auch so eine kleine, seltsame Liebesgeschichte drin. Es ist auch so ein bisschen bitter, süß. Und es sprudelt hoffentlich auch ein bisschen. Und es ist auch ein bisschen cool. Es gehören auf jeden Fall Eiswürfel rein. Und Gin Tonic mag ich eh. Bzw. habe ich gedacht, Gin Tonic. Alles klar. Liebe Zuschauer, Sie können jetzt also den Stream weiterlaufen lassen und sich einen Gin Tonic einschenken. Diesen sich aber auch notieren, denn es gibt etwas zu gewinnen. Wenn Sie an jedem Abend das Liebsichtsgetränk der Autorin notieren und bis zum 4. Dezember an litlaunch-at-random-house.de schicken, dann gibt es zu gewinnen als ersten Preis einen E-Reader von Tolino. Und je ein signiertes Exemplar dieser fünf Bücher, die wir diese Woche vorstellen und dazu auch noch die Hörbücher. Aber nicht nur der erste Gewinner geht mit einem großen Päckchen nach Hause, sondern es gibt vier weitere Buchpakete mit jeweils einem signierten Exemplar und einem Hörbuch. Also, heute haben Sie das vierte Getränk erfahren. Freuen Sie sich auf morgen und gießen Sie sich jetzt erstmal in Gin Tonic ein, während ich mit Melanie Rabe überlege, welche der drei Aussagen über dich wahrscheinlich nicht stimmen. Ich tippe jetzt einfach mal auf Brad Pitt. Die stimmt aber. Oh mir, nee. Dann frage ich nicht weiter. Das wird mir zu entdecken. Ich habe keinen Arsch gemacht. Ich sage es einfach. Gott sei Dank. Ich hatte ein wenig Sorge. Alles gut. Dann gratuliere ich zu Brad Pitt. Dankeschön. Ja, das spielt Sarah in Gedanken. Nachts nach dem Abend. Sie spielt es allerdings mit drei anderen Aussagen. Ja, die wesentlich prekärer sind als Betrügung. Wesentlich prekärer. Die erste sagt, ich bin eine Betrügerin. Das kann ja alles Mögliche sein. Da kann man mal in der Ehe einen Seitensprung gemacht haben. Da kann man ja aber auch, ich sage mal, die Oma umgebracht haben, um an den Familienschatz zu kommen. Da ist ja schon eine Menge. Ziemlich offene Aussagen. Ja, sehr. Vor allen Dingen kombiniert mit der zweiten Aussage, ich habe jemanden umgebracht. Das wird nicht besser. Nicht unbedingt. Und die dritte Aussage ist dann, ich habe ein Tattoo an einer verborgenen Stelle. Man wünscht sich, dass es das Tattoo ist. Ja. Und dann bleibt ja aber immer noch entweder die Betrügerin oder die Mörderin. Also eins von beiden weiß man von vornherein, hat die Sarah am Stecken. Richtig. Ja. Das hast du schon bewusst gemacht, ne? Absolut, ja. Das ist als Leser richtig fies. Weil man dann ja wirklich 350 Seiten danach, bis man langsam eine Idee bekommt, überlegt, was ist es denn nun? Ich mache ja auch nur meinen Job. Aber ich kann mir vorstellen, es ist relativ lange, relativ stark an einem nagt, das hoffe ich zumindest. Denn sie erwähnt das ja einmal und dann ist ja ganz lange davon wieder nicht die Rede. Und ich wollte natürlich, dass es wie so ein kleiner Haken ist. Und dass man dann irgendwann beim Lesen vielleicht nochmal dran denkt, ach Moment, welches davon war es denn jetzt? Und was hat sie denn jetzt gemacht? Und sowas mache ich ganz gerne. Es soll ja auch spannend sein. Man soll ja auch an einem großen Rätsel, an einem großen Geheimnis rumknobeln bis zum Schluss. So ist das. Und wir lösen nicht nur die Rätsel, die wir zwei lösen, sondern, liebe Zuschauer, wir lösen hier auch Ihre Fragen auf. Sie haben die Möglichkeit, sowohl bei der Lit Launch als auch bei Lovely Books im Fragefeld Ihre Fragen zu hinterlassen. Und wir nehmen die live hier rein und ich stelle die dann der Melanie Rabe und Sie kriegen die beantwortet. So viel wir schaffen. Sie können die Melanie Rabe siezen oder duzen. Wie Sie mitbekommen haben, duze ich sie, weil wir uns schon etwas länger kennen und ich die Freude habe, die Melanie Rabe schon mehrfach interviewen zu dürfen. Aber wir hören auf alles. Vielleicht, während die Zuschauer sich die ersten Fragen überlegen, magst du die erste Stelle lesen? Gerne. Und zwar geht es, wenn ich das richtig im Kopf habe, darum, dass die Sarah jetzt am Flughafen steht. Richtig. Das Herz klopft bis zum Hals und sie erwartet ihren Mann, der aus dem Flugzeug steigt und weiß noch gar nicht so richtig, was sie erwartet. Richtig. Und hat schon an dieser Stelle eine unangenehme Überraschung erlebt, die sie jetzt erst mal verdauen muss. Die Welt steht still. Ich stehe auf den Boden. Dann plötzlich einen Meter. Zwei Meter. Zehn. Ich rudere mit Armen und Beinen, da ist nichts, was ich greifen könnte. Kein Widerstand. Nur Leere. Ich steige. Höher und höher. Baumwipfel hoch. Wolkenkratzer hoch. Langsam und unaufhaltsam, während die Welt unter mir kleiner und kleiner wird. Dann ist die Schwerkraft zurück mit einem Mal und ich stürze. Die Welt schießt auf mich zu. Ich komme hart auf. Und ich stehe wieder da. Auf einem Rollfeld auf beiden Beinen. Der fremde Mann steht vor mir. Er sieht mich erwartungsvoll an. Dann, als ich keine Anstalt mache, zu reagieren, tritt er wortlos auf mich zu. Seine Bewegungs- und roboterhaft und kannte ich. Er wirkt gar nicht wie ein Mensch, denke ich. Er wirkt wie ein Automat. Und presst mich an sich. Ich keucherschrocken auf. Will zurückweichen, kann mich aber nicht bewegen. Ich bin wie gelähmt. Der Fremde lässt nicht los. Ich starre dem Mann, der da vor mir steht, ins Gesicht. Suche nach einem Anzeichen des Erkennens, finde nichts. Es ist nicht die Tatsache, dass Philipp groß und kräftig war, während dieser Mann kaum größer ist als ich. Es ist doch nicht der Bart, der die Wangen bedeckt, sodass ich unmöglich sagen könnte, ob der Fremde auch Grübchen besitzt, so wie Philipp sie hatte. Es ist noch nicht einmal die seltsame Art, mit der dieser Mann sich bewegt. Es sind seine Augen, denen jede Wärme fehlt und die gleichzeitig viel dunkler sind als die Augen, in die ich mich verliebt habe vor so vielen Jahren. Die Herrchen in meinem Nacken stellen sich auf. So erschöpft der Fremde auch wirken mag, von ihm geht eine beunruhigende Energie aus. Das ist nicht Philipp. Harter Tobak. Die arme Sarah, oder? Die arme Sarah landet direkt im Schock und hatte ja sowieso gemischte Gefühle, ihren Mann zurückzubekommen. Stimmt. Sie hatte ja vorher schon an den Abschied öfter gedacht, als er aufs Geschäftsreise ging. War es ein etwas sprachloser Abschied? Philipp wurde ebenfalls zitiert. Du schreibst das ganze Buch aus der Sicht von Sarah, aber immer wieder mittendrin kommt auch zum einen Philipp und auch der Fremde zu Wort. Der Fremde, den wir hier kennengelernt haben. Philipp in ihren Gedanken und der Fremde dann tatsächlich als einzelner Kapitel. Und so erinnert sie sich auch, wie Philipp. Philipp wollte an dem Morgen nochmal was sagen. Es war etwas unausgesprochen. Und sie bezog sich auch auf eine Nacht, in der etwas passiert ist und seitdem die Beziehung anders war. Sie ist sprachloser geworden. Und dann ist der Mann verschwunden. Das heißt, man konnte das auch nie klären. Es ist gar nicht, es hängt in der Luft, ob diese große Liebe nun, wie wäre sie eigentlich weitergegangen? Mit einem großen Knall oder sehr, sehr eng. Man weiß es nicht so richtig. Man weiß es nicht. Richtig. Von daher ist dein Thriller auch eine Beziehungsgeschichte. Freut mich, dass du das so siehst und so sagst. Genau so habe ich das tatsächlich auch angelegt. Primär von der Struktur und das allererste soll es natürlich ein Psychothriller sein und möglichst spannend. Aber das, was ich hier miterzählen wollte und was auch so ein kleines Experiment war für mich als Autorin, war, ich erzähle eine sehr seltsame, überhaupt nicht herkömmliche Liebesgeschichte im Gewand eines Thrillers, möglichst ohne Abstriche bei der Spannung. Das war das, was ich mir tatsächlich vorgenommen habe, als ich an diesen Stoff rangegangen bin. Und ich finde es sehr schön. Viele Leser lesen es einfach als Thriller. Ja, andere nehmen das wahr. Manche lesen auch beides mit und entdecken die Facetten. Und mich freut es halt, wenn für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge funktionieren. Weil ich selbst, ich bin ja natürlich auch begeisterte Leserin und ich mag Bücher einfach sehr gerne, die man auf verschiedene Arten lesen kann, die verschiedene Dinge erzählen und die Facetten haben. Und das ist das, was ich hier auch zumindest versucht habe. Das war der Plan. Und es passt natürlich ganz wunderbar, diese Sprachlosigkeit in der Beziehung mit dem verschwundenen Gatten. Absolut. Mit dem Eingangsbekenntnis, dass sie entweder eine Betrügerin ist oder jemanden umgebracht hat. Absolut. Das wird immer wieder aufgegriffen in unterschiedlichen Formen. Und man fragt sich die ganze Zeit, was war in dieser Nacht? Hat das was mit diesen Sätzen zu tun? Ich bin eine Betrügerin oder ich habe schon mal jemanden umgebracht. Und was ist da eigentlich im Argen? Und du hast ja schon erwähnt, ich lasse ja auch den fremden Mann, der sich, wenn man Sarahs Perspektive glaubt, als Hochstapler bei ihr einschleicht, den lasse ich ja auch erzählen. Und der lässt Sarah, die ja erstmal sehr harmlos und relativ sympathisch wirkt, ganz anders dastehen, als man so meinen könnte, wenn man ihre Perspektive liest. Und das ist halt so ein Wexierspiel, das ich da gerne so ein bisschen ausprobieren wollte, wo auch die Sympathien vielleicht immer mal wieder hin und her wechseln. Und man weiß beim Lesen auch gar nicht, wer von den beiden jetzt eigentlich paranoid ist. So soll es sein. Freut mich, dass du es so gelesen hast. Beobacht, ist das inspiriert von Beobachtungen? Ist das, nimmst du das wahr? Sitzt du am Tisch mit Freunden, befreundeten Paaren und siehst, Mensch, da ist irgendwas passiert, da herrscht Sprachlosigkeit. Und dann geht dein Zwiller-Autorin hirnlos und denkst, was passiert, wenn sie ihn verschwinden lässt? Manchmal, also schon, es hat schon mit Beobachten auch zu tun. Oft ist es gar nicht so konkret, dass man in dem Moment denkt, das könnte ich vielleicht verwenden für eine Szene oder für ein Kapitel. Aber alles, was wir wahrnehmen, wir nehmen wahnsinnig viel wahr in unserem echten Umfeld, über die Medien, über andere Kunst, die wir konsumieren, über Dinge, die wir lesen oder die uns erzählt werden. Das bleibt ja alles irgendwo hängen. Und wenn man dann so eine Geschichte austüftelt oder die sich entwickeln lässt, dann fallen einem solche Dinge natürlich ein. Und was ich bei Paaren natürlich ganz spannend finde oder überhaupt grundsätzlich bei Beziehungen interessant finde, ob das jetzt zwischen Liebespaaren ist oder in welcher Konstellation auch immer, es gibt immer verschiedene Wahrheiten. Und oft entsteht Streit ganz banal daraus, dass man einfach unterschiedliche Blickwinkel auf eine Situation hat, obwohl beide irgendwie recht haben. Und das wollte ich hier auch noch so ein bisschen rauskitzeln. Natürlich löse ich das auch über die Spannung. Also natürlich sind diese beiden Perspektiven auch dazu da, Spannung zu erzeugen und zu gucken, wer hat ein Recht von den beiden. Aber es geht natürlich auch darum, dass zwei unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Blickwinkel auf die gleiche Situation haben. Und beide sind auf der Suche nach der Wahrheit. Und man kann auch mehrere Blickwinkel auf die beiden Personen haben. Absolut, ja. Und auch die Personen haben unterschiedliche Sichten auf sich selber. Sie nehmen sich auch unterschiedlich wahr. Richtig. Zum einen nimmt die Sarah sich tatsächlich als harmlose, freundliche Lehrerin wahr. Und zum anderen, naja, hat sie im Laufe des Buches durchaus auch mal eine Waffe im Kleiderschrank liegen. Und man weiß nicht so richtig, ob ihr Selbstbild dann nicht auch verzerrt ist. Ja, absolut. Ab und zu schimmert das ja so ein bisschen auf, dass ihr das so klar wird. Auch so an dieser Stelle, die du vorhin zitiert hast mit dem Spiel, wo sie so nachts im Bett liegt und ihr diese Gedanken durch den Kopf gehen. Ich bin eine Betrügerin. Ich habe schon mal jemanden umgebracht. Ja, aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, das Selbstbild, was man so hat, ist oft relativ eingeschränkt. Wir haben ja alle irgendwie so eine Folie, durch die wir die Welt sehen und durch die wir auch auf uns selbst blicken. Oft ist es ja ganz hilfreich, wenn man mal andere Leute hat, die einem so einen kleinen Reality-Check verpassen. Und das fehlt Sarah natürlich so ein bisschen, dadurch, dass sie auch sozial so isoliert ist. Und ja, dadurch kann man schon mal leicht vom Weg abkommen. Ich finde, sie hat ein ganz interessantes Zitat, relativ zu Anfang, wo sie sagt, starke Frau, ich hasse diesen Ausdruck, als wären Frauen das normalerweise nicht stark. Ja, da spricht ein bisschen Melanie Rabe. Ja, das habe ich ihr so ein bisschen mitgegeben. Ist nur so eine Kleinigkeit, aber ich finde es immer nett, wenn Leute sagen, oh, da hast du aber einen starken Frauencharakter geschrieben. Und ich denke, ich wollte einfach facettenreichen, halbwegs realistischen, obwohl sie in einer sehr krassen Situation ist, einen halbwegs realistischen Frauencharakter schreiben. Und es ist halt keine Frau, die jetzt eine Hollywood-Amazone ist, die nur stark ist und nie weint und alles richtig macht und in jeder Situation klug, kühl und richtig reagiert. Sondern die macht ja auch Fehler, aber die wächst halt an der Situation, der sie ausgesetzt ist. Und das war mir irgendwie wichtig. Aber du hast vollkommen recht. Also immer, wenn ich das höre, ach, das ist aber eine starke Frau, klingt das ja so, als müsste man das eigens betonen, weil es sonst anders ist. Und es sagt ja auch selten jemand, das war ein starker Mann. Richtig, genau. Da ist das natürlich das Normal und nicht das, was eigens betont werden muss. Also es ist auch ein kleines emanzipatorisches Früllerwerk. Das ist ein Halbsatz, aber klar, ja, irgendwie schon. Na klar. Es ist auch ein bisschen philosophisch. Du stellst nämlich am Anfang und am Ende eine Frage über die Liebe. Was die Liebe eigentlich ist. Ist die Liebe, dass man einen anderen Menschen liebt? Oder das Gefühl, dass der andere Menschen uns liebt? Und diese Frage werfst du öfter auf und niemand beantwortet sie in dem Früller. Magst du sie uns beantworten? Hätte ich eine Antwort darauf, wäre das ja großartig. Ich lasse Sarah ja am Schluss noch mal zum Thema Liebe sprechen. Und sie sagt dann, Liebe ist kein Gefühl und kein Zustand, sondern Liebe ist ein Organismus. Der wachsen und schrumpfen, krank werden und gesunden, der sterben kann, der wiedergeboren werden kann. Ich zitiere mich jetzt selbst frei. Ich darf das ja, ich bin die Autorin. Natürlich. Und das glaube ich so ein bisschen. Tatsächlich, das ist ja nichts, was einfach da ist. Das will gepflegt werden, wie Beziehungen nun mal gepflegt werden wollen. Es ist nichts, was man für selbstverständlich erachten kann, sondern etwas, wo man immer was tun muss. Und es kann einschlafen, es kann wieder aufwachen und es ist alles irgendwie relativ geheimnisvoll. Warum verlieben wir uns in Person X und nicht in Person Y? Ich habe keine Ahnung. Ich finde es unglaublich mysteriös und mindestens so geheimnisvoll wie jeden Thriller dieses Planeten. Und irgendwie habe ich es deswegen so miteinander verbunden. Das ist auch ein großes Rätsel, die Liebe. Deshalb verliebt sie sich ja auch gleich nochmal in ihren Kollegen, wie gesagt, im Neuanfang. Ja. Ja. Triathletin ist. Etwas, was ich niemals täte, woran man sehr merkt, dass diese Figur nicht ist wie ich. Dass ich unglaublich unsportlich bin. Und da habe ich ihr ganz bewusst noch so etwas Körperliches mitgegeben. Ja, genau. Und ihm gegenüber ist sie ja auch nicht wirklich ehrlich, sondern er schleicht sich dann, er klopft abends an der Tür und sagt, kann ich nicht auch mal hier übernachten? Es wäre doch schön, wenn der Sohn mich auch mal kennenlernt und wir einander verstehen. Der möchte in dieses Leben rein und sie, ja sie muss ein bisschen geschubst werden. Sarah fühlt sich dann auch so richtig gefangen in dieser, in der Ehe, die natürlich längst vorbei ist, weil ihr Mann seit sieben Jahren weg ist. Aber dadurch, dass sie weder weiß, ob er noch lebt oder tot ist, kann sie irgendwie keinen Abschied finden und kann sich das nicht so richtig, es gibt ja nun mal keinen Abschied, es gibt keine Todesnachricht, kein Grab. Und sie versucht dann mühevoll sich diesen Abschied selbst zu bauen, aber sie wohnt nun mal noch im Elternhaus ihres Mannes und hat noch diesen gemeinsamen Sohn und irgendwie schwebt es immer noch über ihr, kommt er vielleicht doch nochmal zurück. Und deswegen schafft sie es irgendwie erstmal nicht so richtig, sich da wirklich komplett von zu lösen. Versucht es natürlich, das ist ja auch der Moment, mit dem ich ins Buch einsteige, wo sie versucht, wirklich einen Cut zu machen, aber das fällt ihr nicht leicht. Es würde ihr, glaube ich, leichter fallen, wenn einfach klar wäre, Philipp ist tot. Aber diese Sicherheit ist ihr ja über sieben Jahre lang nicht geboten worden. Genau, und dann das Wechselbad der Gefühle, dass er doch lebt und wie wir gerade gehört haben, der Mann, der ihr als Philipp vorgestellt wird. Sarah ist sich ganz sicher, das ist nicht mein Name. Das ist nicht. Philipp. Ja. Da haben wir es vorhin stehen lassen mit der Textstelle. Ich bin mir sicher, es war natürlich auch ein kleiner Cliffhanger, wie sich das für Thriller gehört. Ja. Machen wir ein bisschen weiter. Gerne. Ich lese noch eine kleine Textstelle vor. Ganz klein bisschen weiter hinten im Buch. Sarah ist jetzt vom Flughafen nach Hause geeilt und hat den fremden Mann draußen stehen lassen und sich im Badezimmer eingeigelt und versucht erstmal klarzukommen mit dieser ganzen irren Situation, der sie jetzt ausgeliefert ist. Ich zwinge mich, meinen Atem zu beruhigen. Ein und aus. Ganz ruhig. Ein paar Augenblicke sitze ich so da. Dann erinnere ich mich plötzlich wieder an eines meiner ersten Gespräche mit Herrn Hansen vom Auswärtigen Amt. Ich hatte ihn gefragt, ob ich mit meinem Mann nicht schon vor seiner Ankunft in Hamburg skypen oder telefonieren könne. Hansen versprach sich darum zu kümmern und sich wieder bei mir zu melden, was er auch tat. Er klang betreten, als er mir mitteilte, dass mein Mann nicht vorab mit mir zu sprechen oder gar zu skypen wünsche. Zudem wolle Philipp nicht, dass ich unseren Sohn mit zum Flughafen breche und wäre froh, wenn ich das Kind für ein paar Tage woanders unterbringen könnte. Bei Freunden vielleicht. Ich war vollkommen von den Kopf gestoßen von dieser Zurückweisung. Philipp wollte mich nach all den Jahren nicht so schnell wie möglich sprechen und seinen Sohn nicht sehen. Das klang so überhaupt nicht nach ihm. Andererseits hatte ich mit einem unguten Gefühl im Bauch gedacht, konnte in sieben Jahren so einiges passieren. Niemand wusste das besser als ich. Was mochte also hinter seiner Weigerung stecken? Ich entschloss mich, seiner Bitte nur zur Hälfte nachzukommen und Leo zwar mit zum Flughafen zu nehmen, ihn anschließend aber bei Miriam abzugeben. Ich hatte es noch nie leiden können, wenn man mir Vorschriften machte. Ich konnte einfach nicht verstehen, warum mein Mann so handeln sollte. Warum er sich weigerte, auch nur am Telefon mit mir zu reden nach all den Jahren. Doch nun sehe ich natürlich klar. Er wollte mich auf gar keinen Fall vorwarnen. Dieser Fremde. Er wollte mich am Flughafen überrumpeln. Er wollte Fakten schaffen. Es ist ihm hervorragend gelungen. Ich bin so wütend auf mich selbst, dass ich beinahe aus der Haut fahre. Wie kann es sein, dass ich mir kein Gehör verschaffen konnte? Sofort an Ort und Stelle. Ich stehe auf. Trete ans Waschbecken. Ich spüle mir den Mund aus und schütte mir kaltes Wasser ins Gesicht. Trockne mich ab. Gut, Sarah, und jetzt denk nach. Ich denke nach. Obwohl mein Kopf nur sehr behäbig reagiert. Obwohl mir die Zähne klappern. Heute hätte mein Mann nach Hause kommen sollen. Mein über alles geliebter Mann. Stattdessen war ein Fremder an Bord der Maschine. Es ist mir nicht gelungen, ihn gleich am Flughafen zu entlarven. Man hat ihn neben mich in ein Auto verfrachtet. Wir wurden nach Hause gefahren. Jetzt bin ich hier. Ich bin wieder handlungsfähig. Ich habe mich wieder im Griff. Ich muss die Polizei rufen. Sofort. Ich habe keine Ahnung, was der Fremde vorhat. Was will er von mir? Was kann er schon wollen? Ich drehe mich um. Lege die Hand auf die Klinke, als ich es höre. Schritte. Ich fühle, wie mein Herz klein und hart wird vor Angst. Als ich, die Hand vor dem Mund, das Erbrechen mühsam zurückkämpfend ins Haus gestürzt bin, ohne den Fremden, der im Wagen sitzen geblieben war, noch eines Blickes zu würdigen, habe ich da die Tür wirklich hinter mir ins Schloss fallen lassen? Ich schlucke schwer. Der Fremde ist im Haus. Der Feind im eigenen Haus, zusammen unter einem Dach, hast du auf diese Situation hingeschrieben oder war das eine der Ausgangsbilder, die du vor dem inneren Auge hattest, als du anfingst zu plotten? Das allererste Bild, das ich bemerkbar gemacht habe, als ich nach diesem neuen Stoff geforscht habe, war das Bild am Flughafen. Das war tatsächlich die Grundidee. Eine Frau oder irgendwer steht am Flughafen, wartet auf jemanden, blickt der Maschine entgegen, wartet auf jemanden, den er ganz lange nicht gesehen hat und wirklich sehnsüchtig erwartet. Und dann passiert was ganz anderes. Aber das, was dann relativ schnell nahe lag, war für mich, ich spanne die beiden irgendwie zusammen. Ich sperre die irgendwie ein. Das ist jetzt natürlich nicht so ein geschlossenes Setting, aus dem Sarah nicht raus könnte. Aber der Fremde, wie sie ihn nennt, geht ihr sehr clever vor. Man merkt ja relativ schnell, Sarah merkt relativ schnell, dass er viel über sie weiß, erschreckend viel, auch Dinge, die man nicht so einfach googeln oder recherchieren kann. Auch offensichtlich Dinge, die eigentlich nur sie und Philipp wissen können. Und ihr wird relativ schnell klar, dass ja offensichtlich auch dieses düstere Geheimnis, um das sich in Sarahs Leben ja einiges dreht und dass sie ab und zu vom Schlafen abhält, wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, dass er dieses Geheimnis zu kennen scheint. Zu kennen scheint. Er macht ja nur Andeutungen und sie fühlt sich sofort ertappt. Absolut. Man weiß gar nicht, ob er nur einfach stochert und getroffen hat oder ob er es tatsächlich weiß. Und von daher weiß sie auch nicht. Weiß er es wirklich? Genau. Ja. Und ab und zu reflektiert sie das ja an und denkt sich, irgendwie hat ja jeder eine Leiche im Keller. Vielleicht sagt er es einfach nur so, weil man wahrscheinlich eine Trefferquote von 100 Prozent hat, weil jeder irgendwas hat, von dem er nicht möchte, dass es irgendwer erfährt. Aber sie ist ja so erpressbar, dass sie diesen Hochstapler nicht aus ihrem Haus wirft und dass sie vorsichtig ist und nicht die Polizei ruft. Und da kann man ja vermuten, dass es schon was Gravierendes sein muss, von dem Sarah nicht möchte, dass es irgendwer erfährt. Und er ist sich extrem sicher darin, dass sie die Polizei nicht rufen wird. Richtig. Es gibt so einen ganz markanten Moment, noch relativ früh im Buch, wo Sarah sich sagt, okay, ich rufe jetzt wirklich die Polizei, es reicht. Und der fremde Mann ist mit ihrem Raum und reagiert darauf völlig entspannt und sagt, liebe Sarah, das kannst du schon machen, aber wisse, wenn du mich jetzt bloßstellst, dann erzähle ich auch was über dich. Und Sarah lässt den Hörer wieder sinken. Es gibt auch die Stelle, wo er den Telefonstecker gezogen hat. Richtig. Als sie ganz unbedingt die Polizei rufen wollte und als er sich dann sicher war, hat sie wieder im Griff, steckt er den Stecker wieder rein und er hat Recht gehabt. Ja, absolut. Also da ist so eine Macht, die er über sie hat, die sie natürlich auch wahnsinnig macht. Und das Schlimme ist, sie kann da nirgendwo mit hin, so richtig, weil sie so ein zurückgezogenes Leben führt. Ihre beste Freundin, der kann sich das irgendwie, der erzählt sie es zwar, aber die findet sie dann überspannt. Ja, und vor allem sagt Sarah ja nicht, Sarah rückt ja nie mit der ganzen Wahrheit heraus, auch nicht ihrer besten Freundin gegenüber, was ein Problem ist. Weil die beste Freundin würde dann natürlich sagen, ja, ruf doch die Polizei. Genau. Und das will Sarah nicht tun, weil der Fremde irgendwie irgendwas weiß, wovor sie offensichtlich allergrößte Angst hat, dass das rauskommt, auch sogar Angst hat, ihren Sohn zu verlieren, wenn das rauskommt. Und dementsprechend sind ihr das so ein bisschen die Hände gebunden, tatsächlich. Sehr erpressbar. Das hat mich beim Lesen aber auch fast wahnsinnig gemacht, weil ich dachte, Sarah, verdammt nochmal, ruf die Polizei. Hol dir einen Anwalt, mach irgendwas. Lass dich doch hier nicht zu Hause so drangsalieren. Ja, denkt man sich schon, dass etwas Schlimmes sein muss, wenn sie das nicht tut. Ja, es ist schon ein Auf-die-Folter-Spannen, was du da tust. Dazu nehme ich jetzt die erste Zuschauerfrage mit rein. Oh ja, ich bin gespannt. Und zwar hat Patricia, vielen Dank Patricia, gefragt, woher du das Konzept für die Handlungen nimmst. Ist es inspiriert durch Personen aus deinem Umfeld oder aus dem Fernsehen oder wie kommst du da drauf? Woher kam das Bild mit dem Flughafen und den Personen, die du gegenübergestellt hast? Und wie hat sie es dann entwickelt? Bist du durch irgendwas inspiriert? Ja, tatsächlich. Schöne Frage, Patricia. Inspiration kommt überall her. Manchmal sind es tatsächlich Menschen, die ich persönlich kenne. Manchmal sind es Dinge, die ich lese, die ich irgendwo höre. Als ich angefangen habe, die Falle, mein Debüt zu schreiben, hat mir jemand ganz konkret von einem Magazinartikel erzählt, über eine Autorin, von der er mal gelesen hat, die in ihr das Haus verlässt. Daraus wurde Linda Konrads. Jetzt bei dem Buch hat es, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass ich so viel reise, seit die Falle erschienen ist und so viel an Flughäfen und Bahnhöfen bin. Das sind wahnsinnig emotionale Orte, finde ich. Denn ich habe meinen Kopf immer entweder tief in einem Buch oder ich gucke mir Leute an, wenn ich warten muss, am Bahnhof oder am Flughafen. Und was man super häufig sieht, sind so Wiedersehensszenen, wo Leute, die sich offensichtlich lange nicht gesehen haben, sich wieder begegnen und sich manchmal tränen, reich in die Arme fallen. Und das war tatsächlich, ich glaube, das hat dieses Bild ausgelöst. Ich muss mal so eine Situation gesehen haben. Ich kann mich nicht an diese ganz konkrete Situation erinnern, aber so eine Situation, in der dieses Wiedersehen ad absurdum geführt wird. Das war so die Grundidee wirklich für die Wahrheit. Also Inspiration, gute Geschichten liegen auf der Straße, wenn man Augen und Ohren auf dem hält, finde ich. Danke, Patrizia. Du hast schon gesagt, dass du auf Reisen viel liest. Und dazu fragt Lisa Liest, was du denn gerne liest. Ob du privat auch Thriller liest oder andere Bücher? Ich bin so ein richtiger literarischer Allesfresser. Ich lese alles, wirklich. Ich war als Kind schon ein Bücherwurm. Ich habe Literatur studiert. Das ist zwar immer, Bücher sind mein Liebstes. Und ich lese wirklich querbeet durch alle Genres. Ich lese klassische Literatur. Ich liebe die Klassiker. Ich lese gern Spannung. Ich lese gern Fantasy. Liebesromane, ganz klassische Liebesromane, da gehe ich nicht so ran. Gibt es vielleicht irgendwann auch eine Phase, wo ich das mehr lese. Es verschiebt sich immer so ein bisschen, was gerade meine Interessen sind. Science-Fiction liebe ich auch total. Also ganz querbeet. Ich habe immer einen großen Stapel ungelesener Bücher zu Hause. Der türmt sich. Damit ich dann immer, wenn ich mit einem Buch fertig bin, genau das Richtige rausgreifen kann, wie in so einer eigenen Bibliothek, was gerade zu meiner Stimmung passt oder worauf ich gerade Lust habe. Wenn ich gerade schreibe, fällt es mir schwer, andere Literatur zu lesen. Weil ich mich dann wirklich so auf meinen Stil und auf meine Geschichte konzentrieren will. Und dann lese ich sehr viel Sachbuch. Tatsächlich. Und keine Literatur. Aber irgendwas lesen muss ich immer. Ich habe gerade gedacht, da du ja gesagt hast, du liest so viel, wenn du unterwegs bist. Wie war das denn, bevor du eine berufliche Autorin geworden bist? Wie sah da dein Tagesablauf aus? Ganz unterschiedlich. Ich war ja viel journalistisch unterwegs in Köln, als freie Journalistin. Und jeder Tag, genau wie jetzt, jeder Tag war anders. Und meistens habe ich ganz früh morgens geschrieben, bevor so die Arbeit begann, weil ich nur dann Zeit hatte. Und dann habe ich meine Jobs gemacht, Interviews geführt oder Sachen recherchiert und geschrieben. Und abends, was man so macht, Freunde treffen, ausgehen, lesen. Hast du da mehr gelesen oder hast du jetzt mehr Zeit zum Lesen beim Reisen? Ich hatte da wenig Zeit und habe jetzt wenig Zeit. Das hat sich eigentlich gar nicht geändert. Also Lesezeit zwacke ich mir immer ab. Ich bin auch einer von diesen absurden Menschen, die sogar auf der Rolltreppe lesen und da noch irgendwie eine Seite einschieben. So aus der Bahn, du machst es auch, aus der Bahn raus, da hat man gelesen und man weiß, bevor es raus auf die Straße geht, schnell noch die Seite zu Ende auf der Rolltreppe. Also Zeit zum Lesen schaufle ich mir frei. Das muss sein. Ich bin auch, wenn ich einkaufen gehe, höre ich sogar ein Hörbuch. Also am besten habe ich das Buch als Buch und als Hörbuch, damit ich dann nicht aufhören muss, wenn ich unterwegs bin. Das ist super. Geht dir das auch so? Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, dass ich dann vom gleichen Text Hörbuch und Buch habe. Aber es ist eine sehr, sehr gute Idee. Okay, ja, kriegt man noch mehr geschafft. Schöne Idee. Ja, und dazu fragt Latina, ob du Einfluss hattest auf die Wahl der Sprecher von dem Hörbuch zu die Wahrheit. Ja, hatte ich. Glücklicherweise. Ich bin sehr, sehr glücklich mit den Sprechern. Ich finde die ganz wunderbar. Nina Kunzendorf, Andreas Pitschmann, David Strisow. Und Nina Kunzendorf, es ist ganz seltsam gewesen, als ich zum ersten Mal die CD eingelegt und mir das angehört habe. Denn ich höre ja meinen Text. Ich höre ja, wie mein Text klingen würde, wie ich ihn lesen würde und wie er für mich wahr ist. Und ganz spannend bei Die Falle, Birg Mennichmeyer, die Die Falle gelesen hat, hat den Text ganz anders interpretiert, als ich es gemacht hätte. Ich fand es aber trotzdem grandios. Und Nina Kunzendorf hat, es war fast unheimlich, den Text exakt so gelesen, wie er in meinem Kopf klang. Wow. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich war absolut begeistert. Ich finde sie großartig. Andreas Pitschmann hat mir Gänsehaut bereitet, als ich gehört habe, wie er liest, was wahrlich nicht am Text liegt. Den Text kenne ich zur Genüge, da kriege ich keine Gänsehaut mehr. Also auch Wahnsinn, wahnsinnig toller Sprecher. Und David Strisow liebe ich und habe mich total gefreut, dass der auch wieder an Bord ist. Denn der war auch schon bei der Falle dabei. Also der Hörverlag, der die Hörbücher rausbringt, spricht mich da immer an und wir kooperieren da und suchen das gemeinsam aus, worüber ich mich sehr freue. Das ist super. Ich kann es bestätigen, ich habe das Hörbuch als Ganzes auch gehört, zusätzlich. Ich wollte eigentlich nochmal reinhören und habe es dann komplett gehört. Das ist auch ungekürzt und fand es auch faszinierend gesprochen. Also nochmal vielleicht als kleiner Anreiz für das Gewinnspiel, wenn Sie noch wissen, wer es das Getränk war, was man am besten zu die Wahrheit liest und das mit den anderen Getränken aus dieser Woche kombinieren, dann bekommen Sie, wenn Sie einer der fünf Glücklichen sind, nicht nur das Printexemplar, sondern auch das Hörbuch dazu und der erste bekommt sogar noch einen E-Reader. Dann haben Sie wirklich alle Medien zusammen, um überall zu lesen. Ich habe eine anonyme Frage, die da heißt, ob dein nächstes Buch wieder ein Spannungsroman oder ein Zwiller wird. Ja, hallo anonym. Mein nächstes Buch wird auf jeden Fall wieder ein Spannungsroman. Ich habe es schon ganz kurz erzählt, der Plot ist in meinem Kopf weitestgehend fertig und ich glaube und hoffe, es wird sehr spannend. Es wird anders funktionieren als die Wahrheit, aber es wird auch wieder, und dem werde ich glaube ich immer treu bleiben, es wird auch wieder unblutige Spannung sein. Es wird auf jeden Fall wieder Spannung sein, die eher im Kopf stattfindet, sehr psychologisch und ich glaube, es wird erneut nicht gefoltert. Niemand wird die Haut vom Körper gezogen, es wird nicht vergewaltigt und ich glaube, ich hoffe, es wird trotzdem mindestens so spannend wie die Wahrheit. Ich arbeite dran, mal gucken. Und verrätst du uns da auch die Situation, die dich dazu inspiriert hat? Ah, die Situation, nein, tut mir leid, bald. Dann freuen wir uns, es zu lesen eines Tages. Ja, das freut mich. Ja, es ist für mich immer total schwer, es noch nicht zu erzählen, weil ich immer so eine, so die Anfangsbegeisterung für ein neues Projekt, für ein neues Buch, für ein neues kreatives Projekt, die ist natürlich sehr groß und eigentlich möchte man es sofort teilen. Und der Abstand zwischen, der zeitliche Abstand zwischen, ich bin begeistert und es erscheint, ist riesig. Aber ich muss mich echt dazu disziplinieren, noch nichts zu sagen, weil ich bin auch so ein bisschen abergläubisch. Also ich mache es erst mal fertig und dann teile ich es mit der Welt. Aber ich würde gerne. Das stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Ja, ist es, total. Vor allem, wenn man wirklich gerade so aufgeregt ist und auch Leute fragen will, wie findest du das? Um dann zu hören, ja, das wird super. Aber da ist man auf sich selbst zurückgeworfen, muss erst mal selber gucken und sich selbst klar machen. Wird das super, der wird das nicht super und sich da auf sich selbst verlassen. Dann bleiben wir doch einfach bei dem aktuellen Buch noch ein bisschen. Da haben wir nämlich eine Frage zu einem ganz bestimmten Wort, was du darin verwendest. Es ist ein Codewort, was sich Sarah und Philipp am Anfang ihrer Liebe geben. Sarah hat Angst, dass die Liebe vielleicht schwindet. Sie sagt, kurz vor der Hochzeit kriegt sie kalte Füße und sagt, was passiert, wenn wir uns streiten, wenn wir uns eines Tages nicht mehr lieben? Und dann schlägt Philipp ein Wort vor, das sie als Codewort nutzen können, um sich daran zu erinnern, dass sie sich lieben. Ich kann das nicht aussprechen, aber du kannst es jetzt aussprechen. Ich würde mir helfen. Ich überlege gerade, ob ich es noch zusammenkriege. Mami Lapinatapai heißt es, glaube ich. Das ist eins der am schwersten zu übersetzenden Worte. Ich bin auf dieses Wort gekommen, weil ich irgendwann mal einen Artikel gelesen habe über Worte, die nur in einer Sprache vorkommen. Und ganz schwer in andere Sprachen zu übersetzen sind, weil es sie in anderen Sprachen nicht gibt. Und dieses Wort war darunter. Und es ist ein Wort für, ich glaube, ich hoffe, ich kriege es noch rechtzeitig zusammen, ist schon so lange her, als ich das Buch geschrieben habe, für den Blick, den sich zwei Menschen zuwerfen, wenn beide möchten, dass der andere das initiiert, was beide wollen. Also ich stelle mir das so vor, zwei Menschen stehen an einer Bar, kennen sich nicht, würden sich aber gern kennenlernen, gucken sich an und keiner macht den Anfang. Und dieser Blick wechselt dann. Ich glaube, denen, dieses Gefühl drückt das irgendwie aus. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklärt habe, aber das Wort hat mich sehr fasziniert. Es klingt nach telepathischen Fähigkeiten. Irgendwie schon, ja. Du bist viel präsent im Netz. Du bist ganz aktiv, sowohl auf Twitter als auch auf Facebook. Man kann fast jeden Tag, konnte man zumindest in den letzten Wochen sehen, wo du gerade wieder gelesen hast, wen du, welche Autorenkollegen du getroffen hast. Du hast ein unglaublich großes Netzwerk von Menschen, die dir folgen. Und du antwortest auch selber. Ja, absolut. Du hast keine Agentur. Nein, es dauert deswegen manchmal ein bisschen, bis ich es schaffe, aber ich antworte selbst, ja. Die Sarah im Buch lebt ja nicht so im Netz, aber ihre beste Freundin, sagt ihr, dass es im Netz ganz viele böse Online-Kommentare gäbe zu den Artikeln. Richtig. Es gab viele Presseartikel darüber, dass ihr Mann zurückkam. Es gab Fotos und jetzt gibt es gehäuft Kommentare, dass sie habgierig sei und andere bösartige Kommentare. Das ist für sie eine ganz fremde Welt. Sie ist davon auch überfordert. Sie möchte sich damit auch gar nicht auseinandersetzen. Das ist dir bisher erspart geblieben in deiner starken Präsenz? Ja, es ist mir weitestgehend erspart geblieben. Ich finde allerdings diesen Blick, den Sarah darauf hat, der uns, die wir das ganz gängig finden und wir wissen alle, was ein Shitstorm ist und was Hasskommentare sind. Und ich finde diesen Blick, der für uns jetzt vielleicht ein bisschen naiv wirkt, total richtig. Ich finde, das sollte der normale Blick sein, dass jemand geschockt und vollkommen verständnislos ist angesichts der Tatsache, dass Fremde so über ihn urteilen, obwohl sie gar nichts über sein Leben wissen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt in der Geschichte, weil er zu etwas führt, aber es ist natürlich auch ein kleiner zeitgeschichtlicher Kommentar von mir. Ja, weil es muss mir nicht selbst angetan werden, damit ich so etwas grauenhaft finde. Also ein kleiner Aufruf zur Gelassenheit und zur Umsicht. Ja, ich finde, wir sollten wirklich aufhören, bösartig zueinander zu sein. Das Leben ist hart, es endet damit, dass wir sterben oder den Tod unserer Liebsten erleben. Und ich finde, in der Zwischenzeit können wir irgendwie versuchen, wenn vielleicht schon nicht nett, dann zumindest höflich und anständig zueinander zu sein. Ich habe da ganz altmodische Werte, aber ich finde, man muss nicht wegen allem anfangen, im Netz oder im echten Leben Menschen fertig zu machen. Du wirkst nicht nur auf mich, sondern auch schon auf ein, zwei Leserinnen. Sehr sympathisch. Oh, das ist super nett. Das wird jetzt sicherlich nochmal verstärkt mit dem Aufruf zur Freundlichkeit und Höflichkeit. Und dann schreibst du Zwiller. Wie passt das zusammen? Ich muss immer total schmunzeln, wenn ich das höre. Ich finde das natürlich total nett. Und ich glaube aber überhaupt nicht, dass man eine düstere oder grundmelancholische oder eigenartige oder verschlossene Person sein muss, um Thriller zu schreiben. Denn wir denken uns ja Geschichten aus. Ich schreibe zum Glück keine autobiografischen Bücher, sondern ich lasse meine Fantasie spielen. Und ich schreibe unblutige Thriller. Also sie sind nicht sehr gewalttätig. Tatsächlich, das hat auch den Grund, dass ich das selbst schwer ertrage. Also richtig krass gewalttätige Bücher lese ich auch nicht. Das kann ich nicht, weil das pflanzt mir Bilder in den Kopf, die ich in meinem Kopf nicht haben möchte. Und die Geschichten, die ich erzähle, sind sowohl in die Falle als auch die Wahrheit. Und es geht ja nicht nur darum, dass da irgendwie ein Fall ist oder ein Geheimnis, das gelöst werden muss. Sondern ich erzähle ja auch was über Charaktere. Und im Normalfall sind das Charaktere, die an einer schlimmen Situation wachsen. Und das erzähle ich. Und das kann dann düster sein und spannend und unheimlich. Aber trotzdem im Kern sind das keine negativen Bücher. Und deswegen, wenn man ganz genau auf den Kern guckt, erkennt man mich darin, glaube ich, sogar. Und ich mag Spannung, deswegen schreibe ich es gern. Und ich bin nicht meine Bücher. Aber ich muss sagen, klar bin ich eher ein fröhlicher, freundlicher, offener Mensch. Aber jeder Mensch hat ja auch Facetten. Und die habe ich natürlich auch. Und ich habe auch mal schlechte Laune oder will niemanden sehen. Oder igel ich mich gerne ein, eine Woche lang wie Linda Konrads. Dann nicht elf Jahre, aber eine Woche. Und ich glaube, das geht den meisten Autoren so. Man sucht sich sein Genre, aber man ist nicht sein Genre. Ich hatte überlegt, ob es ein Hinweis in der Wahrheit ist, auf die Art und Weise, wie du Thriller schreibst. Und zwar sieht Sarah ein Graffiti an der Wand. Und das heißt, Monsters don't sleep under your bed. They sleep inside your head. Monster schlafen also nicht unter dem Bett, sondern in deinem Kopf. Ist das so? Schlafen die und nachts werden die wach und dann kriegst du die besten Ideen? Das tatsächlich überhaupt nicht. Ich sage immer, es ist meine einzige Superpower, dass ich schlafe wie ein Murmeltier. Also egal was ist, auch wenn was ganz Schlimmes passiert oder ich wahnsinnigen Stress habe, ich lege mich abends hin, mein Kopf berührt das Kopfkissen, ich schlafe sofort ein und wache, wenn man mich schlafen lässt, acht Stunden später wieder auf. Aber beim Aufwachen habe ich oft gute Ideen tatsächlich, die dann offensichtlich, mir ist auch oft aufgefallen, wenn man an einer Stelle im Text ist und da hakt es irgendwie, man kommt nicht weiter. Dieses berüchtigte eine Nacht drüber schlafen, das funktioniert. Also das Gehirn arbeitet weiter und manchmal ist der Knoten dann am nächsten Morgen wie von Geisterhand gelöst. Das schon. Also eher Geister als Monster. Ehrgeister als Monster. Du hast vorhin auch gesagt, du legst viel Wert darauf, dass deine Protagonisten an ihren Fehlern, dass sie Fehler machen, dass sie daran wachsen, dass sie sich Situationen gegenüberstellen. Wie entwickelst du diese Protagonisten? Wie entwickelst du ihre Eigenschaften? Passiert das, während du schreibst, dass die Protagonisten immer runder werden, immer facettenreicher werden? Oder setzt du dich am Anfang hin und überlegst dir, wie sieht der aus? Wovor hat der Angst? Wozu hat der Mut? Was ist das für ein Mensch? Ja, es ist so ein bisschen eine Mischung. Also das Allermeiste passiert wirklich während des Schreibens, weil ich das Gefühl habe, dass einem die besten Ideen wirklich kommen, wenn man schon ein bisschen im Arbeitsprozess drin ist. Es wird dann immer runder, immer runder, immer runder. Aber so bestimmte Grundkonstellationen lege ich schon ganz am Anfang an. Aber wirklich nur so das Skelett der Figur. Ja, dass das da sein und das stimmen muss und das genau so sein muss, damit es für diese Geschichte funktioniert. Also so die Grundeigenschaften, Geschlecht, Alter, vielleicht den Job, das lege ich schon an. Und so die Grundkonstitutionen, also ich habe so ein grobes Gefühl dafür, wie die Figur sein, wie die ticken soll. Und dann probiere ich rum. Und dann entwickelt sich das. Und dann nehme ich hier wieder was weg, ein bisschen wie ein Bildhauer. Nehme hier was weg, schleife da wieder was ab. Und wenn ich zu doll mit dem Meißel dran rumhaue und die Nase geht dann ab, dann tue ich die Figur ganz weg und fange nochmal neu an. So, es ist auch viel Rumspielen dabei. Ich wünsche, ich hätte so ein Gehirn, dass ich am Anfang sofort alles wüsste und es dann nur noch aufschreiben muss. Aber das ist mir nicht gegeben. Ich entwickle noch ganz viel, während ich schreibe. Die Sarah mag Radiohead total gerne. Ja. Sie erinnert sich so wehmütig an das Konzert, auf dem sie war, auf dem sie glaube ich fast vom Blitz erschlagen würde oder so. Ja. Und dann hat sie zu Hause noch ein Konzertposter hängen. Und du dankst auch Radiohead am Ende für den Soundtrack. Tatsächlich, ja. Hast du Musik im Kopf, wenn du schreibst oder hörst du Musik, wenn du schreibst oder wie kommt es dazu? Ja, Musik ist ganz wichtig für mich und mein Schreiben. Zum einen höre ich tatsächlich Musik, während ich schreibe. Ich habe, als ich die Falle geschrieben habe, mein Debüt, ganz, ganz viel Radiohead gehört. Immer wieder die gleichen Songs. Echt? Und irgendwann schleift sich das, das lenkt einen gar nicht mehr ab, wenn man die Musik so gut kennt, dann wabert es so im Hintergrund und bringt einen in die richtige Stimmung, aber es lenkt einen überhaupt nicht mehr ab. Und du kriegst das auch nicht über? So ein Buch schreibst du ja vorhin über Monate. Gar nicht. Es gibt natürlich auch Stellen, an denen ich gar keine Musik höre, an denen ich was anderes höre. Aber ich habe gemerkt, der Grundton für die Falle, das waren so bestimmte Songs von Radiohead. Und irgendwann war ich ganz lustig, auch so ein bisschen drauf konditioniert, sodass wenn ich jetzt bestimmte Radiohead-Songs höre, ich sofort denke, ich muss mich an den Schreibtisch setzen und schreiben, wie so ein pavlovscher Hund. Und tatsächlich kommt in meinen Büchern auch immer Musik vor. In die Falle kommt ein bestimmter Song von den Beatles vor, All You Dislove. Und in die Wahrheit habe ich, du kennst das Buch ja, habe ich, weil ich Radiohead so liebe und weil ich sie, als ich die Falle geschrieben habe, so oft gehört habe, der Band ein kleines literarisches Denkmal gesetzt. Das ist ja diese Szene, die du gerade angesprochen hast. Sarah und Philipp lernen sich auf einem Radiohead-Konzert in Hamburg kennen. Sie fällt ihm in die Arme. Sie fällt ihm in die Arme. Was ist denn, begleitet dich Radiohead auch durch den aktuellen Swiller, den du jetzt schreibst, durch den nächsten, durch den dritten? Ich glaube nicht. Ich habe, als ich die Wahrheit geschrieben habe, schon wieder andere Sachen gehört. Ich habe da viel Nick Cave gehört, auch ein bisschen Klassik. Sibelius machte sich gut für die Wahrheitsfindung und habe das ein bisschen rumprobiert. Und den Soundtrack fürs neue Buch weiß ich noch nicht hundertprozentig. Aber ich werde mir einen suchen, weil das wirklich hilft. Das hilft manchmal ganz banal, einfach nur den Alltag auszublenden und manchmal hilft es, die Atmosphäre einzufangen. Und es hilft aber auch, so einen bestimmten Rhythmus zu kriegen, weil ich das auch gerne mag, wenn Sprache so ein bisschen rhythmisch ist. Und da hilft es auch manchmal, Musik zu hören, beim Formulieren. Dazu passt eine Frage von, wenn ich den Benutzernamen richtig lese, Trump-Trompete. Die da heißt, ob du dir vorstellen kannst, ein Projekt mit einem anderen Schriftsteller anzugehen. Und welcher wäre dafür dein absoluter Lieblingskandidat? Der müsste dann ja das gleiche Lied hören. Wow, ja, stimmt. Wir müssen dann so synchron. Ja. Oh, das ist aber eine gute Frage. Ich finde das super spannend, wenn Schriftsteller das machen. Schöne Frage, vielen Dank. Ich finde es zum Beispiel ganz toll bei Ursula Posnanski und Arne Strobl, die ja ganz tolle Thriller miteinander schreiben. Ich glaube, dass ich das nicht könnte. Ich habe meine Geschichte ab einem bestimmten Punkt so deutlich im Kopf und normalerweise kann man mit mir über alles verhandeln. Aber ich möchte tatsächlich meine Geschichte genauso erzählen, wie sie sich für mich richtig anfühlt. Und wer weiß, irgendwann, wenn ich ein paar Bücher mehr auf dem Buckel habe und mich da schon mehr ausgetobt habe, vielleicht kriege ich dann Lust, mal was mit einem anderen Autor oder anderen Autoren zusammen zu schreiben. Aber momentan möchte ich, dass da wirklich mein Stempel drauf ist. Und dass ich alles schuld bin, was Leute blöd finden. Dass ich alles schuld bin, was Leute gut finden. Dass es wirklich nur ich bin irgendwie. Weil ich erzähle so gerne und es ist so schön, das tun zu dürfen. Aber mit wem würde ich schreiben, wenn ich es machen würde? Vielleicht mit deinem Lieblingsautor. Wer ist denn dein Lieblingsautor? Mein Lieblingsautor ist kein Thriller-Autor, kein Spannungsautor. Das ist ein amerikanischer Autor namens Jonathan Safran Foer. Ganz wunderbarer Literat. Ich liebe ihn sehr. Aber ich glaube, ich nehme Sebastian Fitzek. Ich liebe Sebastian Fitzek. Nicht nur, weil er tolle Bücher schreibt und so wahnsinnig produktiv ist, sondern weil er so eine nette Person ist. Und er ist nicht nur nett zu Kollegen, er ist so wahnsinnig nett zu seinen Fans. Und er ist so ein Arbeitstier und macht alles. Und wenn er acht Stunden signiert hat und dann noch einer ankommt, dann signiert er dieses Buch auch noch mit der gleichen Liebe wie das erste Buch. Und ja, mit so jemandem arbeitet man gerne zusammen. Also wenn, dann doch Sebastian Fitzek. Und dann würden sich ja auch zwei mit der gleichen Leidenschaft treffen für das Spannungsgenre. Ja, absolut. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ne, oder? Und dann gibt es eine Frage von Miriam. Hallo Namenskollegen. Hallo Miriam. Die da fragt, wie wichtig ist es dir, dass deine Bücher so erfolgreich sind? Du warst von Anfang an mit der Falle auf der Bestsellerliste. Ich meine, die Falle ist in über 20 Ländern verkauft worden. Das ist für ein Debüt außergewöhnlich. Das ist total irre. Ja. Wie wichtig ist dir das? Welche Bedeutung hat das in deinem Leben? Das ist für mich sehr schön und natürlich irgendwie auch wichtig. Tatsächlich war es für mich gar nicht ganz so einfach. Also es klingt so, als hätte ich ein Buch geschrieben und wäre so ein Wunderkind, das dann direkt so ein Hit schreibt. So war das ja nicht. Ich habe vier Manuskripte für die Schublade geschrieben. Das geht natürlich vielen Autoren so. Aber ich finde es irgendwie wichtig, das dazu zu sagen. Ich bin kein Wunderkind. Ich habe eine Weile gebraucht. Ich musste erst mal besser werden, um ein Buch zu schreiben, das überhaupt ein Verlag haben wollte. Und da das ein relativ langer Prozess war, über zehn Jahre und in jedem Buch viel Arbeit und viel Zeit und viel Herzblut drin steckt, war ich nach Buch vier, das abgelehnt wurde an dem Punkt, okay, das wird nichts mehr. Ich bin nicht gut genug oder ich passe nicht zu großen Verlagen oder habe einfach nicht das letzte Quäntchen Glück. Und als das dann mit der Falle plötzlich so lief, war das für mich natürlich total irre. Weil mein Selbstbild war chronisch erfolglose Autorin. Das hat mich jetzt nicht total runtergezogen. Ich schreibe gern, ich hätte nie aufgehört zu schreiben. Aber ich habe immer gedacht, und das klingt jetzt nach Niedrigstapel im Nachhinein, aber ich habe immer gedacht, irgendwo ein kleines Taschenbuch, da wäre ich schon glücklich. Weil mich ja wirklich kein Verlag haben wollte. Und dass das dann so durch die Decke gegangen ist, ist total irre. Weil es für mich gar nicht so ist, mein Selbstbild war nicht, ich bin super und das wird alles ganz toll, sondern mein Selbstbild war, vielleicht schaffe ich es noch irgendwann, wenn ich dranbleibe, vielleicht schaffe ich es noch irgendwann. Und deswegen denke ich jetzt, wenn mir das passieren kann, ein Buch erscheint, es wird in 21 Ländern verkauft, Hollywood kauft die Filmrechte und in Deutschland ist es ein Bestseller. Wenn mir das passieren kann, dann ohne Quatsch, dann ist alles möglich. Dann kann jeder alles hinkriegen. Und das ist irgendwie ein verrücktes Gefühl und das ist das, was mir am allerwichtigsten ist an meinem Erfolg. Und deswegen erzähle ich auch so gerne, dass ich kein Wunderkind bin, sondern dass es gedauert hat und dass da viel Misserfolg vorangegangen ist. Und das ist dann irgendwie doppelt schön, wenn es dann plötzlich klappt. Die Dorstrecke ist halt schon lang gewesen, durch die du da musstest. Was meinst du, wie lange hättest du das noch durchgehalten? Hm, ich weiß nicht genau. Ich war nach jedem Buch sehr geknickt, das abgelehnt wurde, weil man natürlich auch, man denkt natürlich nicht, hey, ich bin die beste Autorin des Planeten, aber man denkt, man hat es ja geschrieben, weil man an die Geschichte glaubt und weil man alles gegeben hat, um die rund zu machen und schön zu machen und sich schön zu erzählen. Und natürlich tut das dann weh, wenn das abgelehnt wird, aber ich war dann immer ein, zwei Wochen bedröppelt und dann ist mir eine neue Geschichte eingefallen und dann wollte ich die unbedingt erzählen, habe das gemacht. Also ich hätte immer geschrieben, ich weiß aber nicht, ob ich irgendwann aufgehört hätte anzubieten, weil vielleicht hat man dann irgendwann keine Lust mehr, sich die Absagen einzufahren und denkt sich, ja mei, dann drucke ich es halt oder mache das E-Book und schenke es meinen Freunden. Ich weiß es nicht, aber irgendwie, ja, irgendwie hatte ich es noch nicht so ganz aufgegeben. Zum Glück hat es so funktioniert. Vielleicht hättest du das Literaturhoroskop befragen können, so wie Sarah das im Buch auch macht. Die geht zu ihrem großen Bücherregal und greift blind eins raus, schlägt blind eine Seite auf, liest da raus und sieht das als Tageshoroskop. Ja. Auch eine schöne Idee. Da find ich auch süß. Bist du darauf gekommen? Ja, ich weiß nicht mehr, wie es mir einfällt. Ich habe das einfach irgendwann mal gemacht. Ich bin so an meinem Bücherregal entlang gegangen, vielleicht auf der Suche nach etwas, was ich als nächstes lese und habe ein Buch rausgegriffen und fand es dann interessant zu gucken, was ist es denn jetzt. Und es war tatsächlich Jack Carrack, On the Road. Ein Buch, das ich bereits gelesen hatte, aber das habe ich dann tatsächlich auch hier reingepackt. Das ist auch eines der Bücher, die Sarah rauszieht, als sie dieses Literaturhoroskop befragt. Und ihre Interpretation ist natürlich, dass On the Road bedeutet, sie werden eine Reise machen und bald unterwegs sein. War das auch deine Interpretation? Ja, irgendwie. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist jetzt natürlich relativ banal. Das hat sich ja bewahrheitet. Du bist ja auf viele Lesereisen jetzt gegangen. Nächstes Jahr bist du nochmal unterwegs, hast du gesagt. Wann geht es los? Wo kann man dich überall hören, sehen? Weil wir kommen langsam zum Ende. Ja, schade, es geht ja richtig schnell. Es geht schnell. Und von daher, wer dann dich auch nochmal ganz live haben möchte und nicht das Glück hat, ein signiertes Exemplar zu gewinnen. Wann gehst du wieder auf Tour? Ja, ich muss mal überlegen. Ich hoffe, wir sehen uns. Es geht im Januar direkt wieder weiter. Ich habe die Städte nicht alle im Kopf. Ich glaube, ich werde in Hamburg nochmal sein. Da sehen wir uns, glaube ich, nochmal. Ich glaube, du moderierst mich, oder? Ende April in Hamburg, ganz klar. Das würde mich sehr freuen. Ich werde in München sein, in vielen großen und kleinen Städten, überall in Deutschland. Vielleicht komme ich auch nochmal nach Österreich. Ich habe es gar nicht genau im Kopf. Aber ich werde es natürlich auf Facebook, auf meiner Homepage, auf Twitter, überall erschöpfend teilen. Also, wenn ihr mir folgt oder auf meine Homepage schaut, könnt ihr es nicht verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns. Das hoffe ich auch. Und du liest nicht nur auf in Festivals oder organisierten Lesungen, sondern auch in Wohnzimmerlesungen, habe ich das mitbekommen. Ja, immer mal wieder. Also, ab und zu kommen Anfragen rein. Ich kann die natürlich nicht alle annehmen. Ich mag so kleine Lesungen sehr, sehr gerne. Ich mag das, die Leute zu sehen und die direkt vor mir sitzen zu haben und mit denen zu sprechen und die auch angucken zu können. Und auf so kleinen Lesungen kann man das natürlich besonders persönlich und individuell gestalten. Und ab und zu nehme ich Wohnzimmerlesungen mit, wenn es irgendwie geht. Ich habe auch schon zweimal welche verlost. Aber zum Erscheinen vom Taschenbuch zu die Falle habe ich auf Facebook eine verlost und bin dann nach Esslingen, nach Baden-Württemberg gefahren. Und kürzlich habe ich zum Erscheinen von die Wahrheit eine Wohnzimmerlesung verlost. Und bald geht es nach Berlin. Ich freue mich schon. Dann ist natürlich mit Erscheinen des nächsten Buches wieder eine Verlosung einer Wohnzimmerlesung. Ich glaube, ich werde es wieder tun. Ja, es macht echt Spaß und die Leute freuen sich so. Also der Gewinner ist natürlich, oder die Gewinnerin in dem Fall, ist natürlich total aus dem Häuschen. Und das ist natürlich für mich auch schön zu sehen. Und ich mag es eh, Verlosungen zu machen oder die Leute mal mit was zu überraschen. Ich werde auch zu Weihnachten was verlosen. Ich fahrt noch nicht was. Und das ist irgendwie nett. Social Media ist irgendwie ganz nett für solche Dinge. Und Platz ist ja, wie gesagt, wie wir alle wissen, in der kleinsten Hütte. Richtig. Das heißt, da können dann sicherlich auch alle mitmachen, weil 20 Leute kriegt man wahrscheinlich in jede Wohnung. Absolut. Das ist auch keine Grundvoraussetzung, dass man irgendwie ein riesen Wohnzimmer hat. Habe ich auch nicht. Ich frage ja auch nicht, wie sieht es denn bei euch zu Hause aus? Wie viele Leute passen da rein? Man kann teilnehmen und ich lose dann wirklich jemanden aus. Bis dahin machst du jetzt aber erstmal Pause und schreibst. Ja. Den Dezember habe ich mir wirklich geblockt zum Schreiben. Also habe praktisch keine Termine angenommen. Ich habe jetzt wirklich heute die letzte Lesung in diesem Jahr gewesen. Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Ja, genau. Und ich freue mich aber auch darauf. Also Lesereise ist wundervoll. Es ist ein großes Glück, auch mit den Leuten konkret zu sprechen und den Büchern zu signieren und die wirklich, mein Publikum zu sehen. Aber ich freue mich drauf, jetzt wieder am Schreibtisch zu sitzen und mir Sachen auszudenken. Und es ist einfach so ein schöner Prozess, wenn man sieht, so dieses Grundgerüst oder diese Grundidee, die ich mir ausgedacht habe, die wächst jetzt. Und da kommt jetzt langsam Fleisch an die Knochen und es entwickelt sich. Und hm, wäre es nicht cool, wenn das jetzt passieren würde? Wäre es nicht spannend, wenn ich hier an der Stelle aufhöre und diese Info später bringe? Es ist so schön. Es macht so viel Spaß, sich zu überlegen, woran hätten die Leute jetzt an der Stelle Freude und das zu wachsen und entstehen zu sehen. Wie lange schreibst du an so ein Buch? Wie lange hast du an der Wahrheit geschrieben? Die Wahrheit hat länger gedauert als die Falle. Ein gutes Jahr. Die Falle war eigentlich in einem Dreivierteljahr fertig und bei der Wahrheit habe ich viel experimentiert. Ich habe ganz viele Fassungen geschrieben, ganz viel geändert, ganz viel umgebaut, ganz viel weggeschmissen, nochmal neu gemacht, um es dann wirklich am Ende genau auszutarieren, wie ich es haben wollte. Wirklich gut über ein Jahr. Ja. Und wie lange schreibst du jetzt schon an dem Nächsten? Ich, es ist in meinem Kopf seit, hm, vielleicht so zwei Monaten, drei Monaten, also was so die Idee ist, die ich mir ausgesucht habe. Und seither renne ich mit Notizbuch umher und schreibe da Ideen rein, aber ich habe mir noch nicht überlegt, wie fängt es an, wie soll es klingen. Also ich habe noch keinen Fließtext geschrieben. Damit werde ich jetzt in den nächsten Tagen beginnen. Ich würde sagen, das ist der perfekte Cliffhanger für dieses Jahr. Liebe Zuschauer, das war's. Eine Stunde mit Melanie Rabe und die Wahrheit mit einem großen Ausblick auf den nächsten Zwiller, wann auch immer er dann kommen möge. Sie wissen jetzt, er wird geschrieben, wann immer Melanie Rabe nicht auf Reisen ist. Das heißt, man muss sich entscheiden, entweder wir schicken sie auf Reisen und wollen ihr live zuhören oder wir lassen sie schreiben. Wir möchten natürlich alles auf einmal. Und in dem Sinne verabschieden wir uns. Ich danke dir, Melanie Rabe, für die wunderbare Stunde. Und wir danken LitLoungeTV, wir danken allen Zuschauern, Zuhörern fürs Dabeibleiben. Und für die tollen Fragen. Das war super. Und schalten Sie morgen wieder ein zu Max Bento. Und für die Law. Untertitelung des ZDF, 2020